so einen wunderschönen guten nachmittag liebe leute und willkommen zu overwatch wieder wir machen da weiter wie wir gestern aufgehört haben nämlich versuchen wir jetzt den anderskind freizuschalten und ich wünsche euch alle ein frohes fest ein frohes weihnachtsfest weil wir heute heilige abend haben und dann damit weihnachten beginnt so vielleicht beschert uns der weihnachtsmann ein paar siege in overwatch das wäre toll damit wir den anders näher kommen und ich denke ich werde heute nur overwatch machen ich werde jetzt noch ungefähr spätestens bis 18 uhr stream vielleicht komme ich nachher nochmal live aber ich bin mir unsicher ich will nichts versprechen ist wieder auf jeden fall sehr lange werden morgen und habe sich steht bei der lösung mit dem wir da mal vorgekommen ich muss dich wohl wieder auf meine liste setzen das ist mit dir passiert gabriel 5 4 3 2 1 1 1 beginnt der drache sieht euch das gibt es noch nicht ich treffe gar nichts ich werde mich erkennt nicht zeigen wir wir haben auch eine andere wir haben auch eine andere wir schlafen auf abwacht der kann sich doch nicht wahr dein feind wurde die karte immer zu müde sieh was unsicherbar ist ich habe die kontrolle naja dann bewege ich sie fort schwächling sei gegründet aber jetzt habe ich bros schon wow ich will auch nicht stürmen wir gewinnen das game das sieht gerade richtig gut aus der drache sieht euch vielen dank wir haben wir haben die 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 schickels gold gut natürlich hat alles ganz schön gemacht was wir sind das für name ok er hat ja mal alles gemacht 13 prozent treffer korte war ich war auch schon mal besser mit dem naja da haben wir unser erster sieg wie nur noch acht stück hauptsache da in dem einbild sieht man chankwart und worldhawk mit den neuen skins als herausforderung aber anderthalb oder übersehe ich die irgendwie in der bild naja naja gut chankwart und worldhawk sind die auf freunde oder so und hallo mit so einem wunderschönen und feiertag näher weihnachtstag und ich sagen ich bin ein bisschen los gerade weil ich heute arbeiten musste und gerne oder irgendwie wenig geschaffen habe aber ja irgendwie bin ich nicht so in weihnachtsstimmung aber naja so Wir sind das Parkentje, will eben gewassen. Oh, der M-M-Mey. Und Xymetra, ey. Vielen Dank. Ich danke dir. Nein! Oh, verdammt. Ich würde... Oh, Reinhold haben die ja auch. Wie ekelhaft haben die, äh, das Team aufgestellt. Oh, was wird das jetzt? Hat sich mal in der Tast aufgehangen, oder war das ein Bug, leider nach? Oh, sehr gut. Ist das dieselbe, Anna, vom letzten Match? Oh, wenn ich schieße, vielen Dank. Ah, kann gut sein. Ja, mein Aimer hat ein bisschen nachgelassen, kommt mir vor. Ja. Komm, hier kann sich niemand verstecken. Hm, darbeg mal. Ich muss nachladen. Ja, wow, ich habe wirklich gerade Glück mit den Team-Ads. Ich habe gestern drei oder vier Matches gemacht, äh, ungefähr eine halbe Stunde lang und nur verloren. Ja. Oh, das war auch dasselbe Genji auf unserer Seite wieder. Ja. Moment, da ist ja keiner rausgegangen. Das war, äh, ge, äh, ge... oder Junkwart? Wenn, dann, äh, äh, ist Junkwart, glaube ich, nochmal. Aber... sonst ist, glaube ich, dasselbe Team wie, äh, von der letzten Runde. Das glaube ich Seht mal was anderes gespielt hat Der war für einen Reaper Ja, nice Wenn wir mit dem Team weiter machen Dann haben wir Schnell Unsere Anlass können Okay, das ist eine komplett andere Gruppe Mal schauen Wie es damit läuft Wir versuchen mal Vielleicht habe ich da Ein besseres Gefühl mit dem Ein Schuss Ein Treffen Hallo Tja, es geht wohl für alles Ein erstes Mal Ich brauche für würde unbedingt mehr Ein Mots Jetzt kommt hier jetzt geht Nö Das sind viele Komplette andere Namen Witsche Milk Loll Okay Okay Schön Drei Zwei Eins Angriff beginnt Zurück Nehmen Sie Zielpunkt A ein Post auf euch auf Verpasst Oh, du Dreckiger Aus dem Altar Scheiße Verdammt ey Wow Das ist Weih jetzt an, okay Ich habe den Hansa irgendwie übersehen Ich glaube ich glaube ich wechsle gleich mal zu support oder tank wenn es so weiter geht und hier mache ich gerade kein damage Wenn ich jetzt noch mal so drauf gehe dann wechsle ich tut schon gut so kann ich dann einfach aus der nähe auch gut schau machen Bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs Formiert euch Nee, ich wollte Unterwegs Unterwegs So, ja Dein Schutzengel ist da Hm Oh Mensch Hm Hm Ich glaube das wird nichts Ach komm Ne ich gehe jetzt zu Chunk weiter Das wird zu nichts Heute ist ein guter Tag für Chaos zu stiften Tach Leute Ah jetzt habe ich über Pecher Ah ich komme von außen Das ist glaube ich besser Na was haben wir denn da wieder Okay Ich glaube das hat was gebraucht Den Bob jetzt so wegzuschubsen Wow Was ist denn das für ein Hahnso Noch habe ich nicht genug Kommt her und teilt euch Wo hat er seine Uzi gemacht Fick dich Oh sehr gut Du brauchst mir nicht Na ja wenn mein Uzi mal hart trifft Dann ist es auch Egal wie Hart ich abkacke Das hat mich noch getroffen Pfff okay Das ist heute zu Nein ich habe es zu früh gemacht Ich habe meine Uzi zu früh gemacht Aber wir haben noch drei Minuten Komm das schaffen wir noch Ich dachte Halt bevor ich meine Uzi gar nicht machen kann Das hätte ich echt nicht machen sollen Ich hätte echt meine Uzi jetzt noch aufspauen müssen Bevor die ganze Gang jetzt wieder rauskommt Naja Interessant Auch kann ich mal treffen Krass gesichert Abmarsch Das war jetzt doof Hier sind wir Hier sind wir Zielscheiben Bewegt das Ding Ich bin natürlich noch auf Hey Aufstehen Die Kugel von Mörer war einfach zu OP Wenn man genau da steht Wo die kommt Man jetzt Ich hätte nicht weggehen dürfen Ja verdammt Jetzt verkacken wir es ernsthaft Wo kommt jetzt das Sigma her Plötzlich wechseln sie zu Sigma Und dann Kommt wieder sowas Ja Uns fehlt ein Tank Ja ich sehe schon Ah ne Würde jetzt auch nichts mehr wollen Schade Das verlieren wir jetzt Wir müssen jetzt die Fracht ins Ziel bringen Sonst ist es verloren Ja ist vorbei Ach so ne scheiße Ne ok Ich bin nicht total eingerostet War so klar Hatte der nicht nen anderen Namen Ach der hat zuerst Hanson gespielt Moment mal Wer war jetzt Highlight des Spiels Achso das war Und zur Soccer Der am Ende Dann zur Sommerer gewechselt ist Ja Warum Warum hat er Lucio gespielt Ich habe noch Platz Willst du mitspielen Schade Kannst du mitspielen Ich habe noch Platz Und das hier Ich habe noch Part Wir befinden uns in der Radflug auf die Mondkolonie Korreis. Ja, ich würde aber nicht lange machen. Ähm, bist du? Ja, höchstens 2 Stunden noch. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Äh, was machen wir jetzt? Saria, spielen wir Saria. Ja, machen was anderes. Damit wir auch einen Tank haben. Gemeinsam sind wir stark. Hallo. Ha, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen handeln. Hallo. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Äh, wegen dem Mitspielen, da müsstest du mir, ähm, eine Freundschaftsanfrage schicken, äh, auf der PlayState, damit ich dich dann, äh, in die Gruppe holen kann. Das dachte ich immer. Aber dann hab ich dich getroffen. Bis gut, привет. Und, uns wie dein Healer. Ich hoffe, der letzte, der sich noch nicht entschieden hat, nimmt deinen Supporter. Ich mach das alleine, wenn's sein muss. Äh. Gehen wir vor. Oh. Komm unter meinen Chin. Hatt's zu tun, das war der Heere aktiviert. Oh. 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 Warum hat der letzte Typ sich immer noch nicht entschieden? Wir brauchen Supporter. Sonst hörte ich als Tank auch nicht viel aus. Sombra online. Oh, Sombra. äh brian perron 9 bist du das jetzt haben wir blackbird blackbird im thema komm Danke! Wer hat den jetzt zerstört? Ach, unsere Bastion. Na gut. Ich hab... Ich hatte Gold. Schauen. Schön. Steht da gerade wirklich eine Diva von uns? Ne, wir haben keine Diva. Hä? Wer steht da... Wer war da jetzt da am Zielpunkt? Bin ich jetzt doof? Ich hatte doch gerade Diva gesehen. Ah, er hat eine Party gestartet. Okay. Wird sie auch mitspielen? Schatz hier gerade zu. Mir wird da gerade nur ein Zuschauer angezeigt. Oh Gott. Oh Gott. Und dann geht es weiter. okay das war jetzt wo ist der politik jetzt ich dachte würden dann alles mit runter kommen da von oben runterspringen und dann das zielpunkt da einnehmen aber es läuft was war das jetzt verdammt wo bin ich da jetzt hängen geblieben ernsthaft an den scheiß ding ok an den geländen ah ja oh man tracer die nicht gerade hart kommt wie kann die so nervig sein ich spiele sarah ich hab gold damage was macht er da ich gehe gleich zu mir ist das gibt es doch nicht jetzt verkaufen wir das nur weil wir keinen supporter kann einer der der dies bitte zu einem supporter wechseln senate würde mir auch schon reichen halbzache wir bekommen etwas heilung ein 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 Ich bin ein Widerstand, aber ich bin ein Widerstand. Danke! Mann! Ah, Lea ist dazugekommen! Verdammt! Nice! Wir haben es doch noch geschafft! Okay. Ihr werdet gleich eine süße Stimme hören, die ziemlich laut ist und schreien kann. Highlight des Spiels! Und ich bin nicht Highlight des Spiels gewahren, finde ich echt schade. Was hat mir Quier gemacht, bitteschön. EMP aktiviert! Die Stunde hat geschlafen. Doppelkirren! Habe ich auch nicht gesehen. Ah, gut. Ah, ist unser Patient? Ne, der hat dann gewechselt. Okay. So. Nehmen wir mal die Freundschafts-Anfrage an. Äh, okay, da haben wir dich. Ist der der Stern? Ne. Wie überspringen wir. So. Moment. 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 Ich will, äh... Ich will, äh... Offenze so. Erstmal. Hallo. 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 Oh, Neuhausen. Stimmt, wer ist jetzt? Anna. Anna. Sehr gut. Moment. Moment. Ja. Ähm... Warte noch mit'n Zugang. Warte noch mit'n Zugang. Äh, okay, warte. Will da noch jemand rein dropen? Ja. Ja. Okay. Ach, passt jetzt auf der Hai. Yes. Ähm... Ja, und jetzt der... Warum? Weil... Ja, und seine Familie ist nicht besonders gekommen. Irgendwie wurde er auch schon wieder angemauelt, äh... Als er aufgestanden ist, war ein Baum. Okay. Frag mich nicht warum. Und die Weihnachtsgeschenke, die ich besorgt habe, für euch funktionieren nicht. Warum soll das nicht funktionieren? Weil anscheinend bei den Karten regions bedingt bist. Falsche Region. Warum auch immer. Also Hafer hat's... Oh, hi. Hafer hat's halt ausprobiert, und sie ist ja auch nicht österreichisch. Bei ihr hat's nicht geklappt. Und ich werd's auch noch ausprobieren, aber ich befürchte, wenn's bei ihr schon nicht geklappt hat, das weil's mir auch so aussieht. Und hallo. Hi. Moment, du hast nur österreichische PSNs, äh, kurz gekauft. Ja. Okay. Das ist bitter. Aha. Warum hast du darauf nicht geachtet? Weil ich's nicht mal wusste. Ich hätte halt auch nicht gedacht, dass es einfach mal fucking region bedingt ist. Ach, ich dachte, ihr wüsste das. Nee. Ich bin es leid zu warten. Äh, wo hast du dir den gekauft? Im Spa. Ah, Mann, okay. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich mag den Reini. Ja klar, die haben ne Ahnung. Und ne Ahnso. Naja, komm her, Micky, du kleine Schwuppel. Kannst du dich von mir abhauen. Weihnachten. Ach, bitte. Du hast meine Kugel entschlampern. Oh, oh. Naja, bei mir klappt's aber. Ist? Ich dachte, du hast den mal online gekauft und deswegen hat's die, äh, ist gegangen. Was? Die, die, ach so, ja, stimmt, der bist ja auch österreich. Ja, ich bin auch österreich. Also, wie gesagt, ich probier's dann aus und... Naja, also wenn das nur österreichische, äh, PCN Code Center geht das bei dir nicht. Ja, ich versuch's dann einfach noch mal so. Aber sag ich jetzt mal. Ihr sterben war's dann fix in deines Gruppel. Wir wollen ihn jetzt. Ah, ich wusste doch, da ist jemand. Komm her, du Schwuppel. Naja, äh, für die Zukunft weißt du's jetzt, ja. I see you. Oh, das war schön. Bin ich auch. Oh, da spielt jemand, äh, Peptives, sehr gut. Hi, Faye. Wie geht's dir, Liebes? Auch schon wieder live. Ja. Na doch. Hey, jetzt trau' ich aber richtig, äh, aim' irgendwie. Sehr gut. Ah, da halt. Na. Ja, mir geht's auch gut. Ich freu' mich, dass es dir gut geht, hey. Fick dich, Tracer. Ich hab' mir jetzt schon wieder ne Tracer. Ja, denk's mir auch noch mal. Hinten, hinten. Äh, gut, das, das war für'n Arschhan so. Aber schön, dass du dein Ulti verballert hast. Ich bin stolz auf dich. Lass meinen Reini in Ruhe, du Muschi! Das ist mein Reini! Ja, mein Reini geht in Ruhe. Ich hab' dich vorgewarnt. Ich hab' dich vorgewarnt. Ja, nein! Ihr auch, ey. Alter, fick dich, du hässliche Musi! Da oben ist Tracer. Fick dich, Hamso, Alter! Ich tritt dich doch noch fünfmal, wenn's sein muss! Achtung, im Gang sind's doch... Schaut mit ihm auf! Tick dich, Mei! Au! Ja, ist das Benkenner! Ulti! Benkennerfacht! Ich seh dich, du kleiner Kanakka! So, das Ziel-Pack kriegst du schon mal nicht, du kleine Musi! WTF? Jaja, irgendwie Gruppenkurschett, aber volle Möhre! Ach, die ist jetzt auch zur Diva gewechselt! Awww! Und du hast auch noch ein hässliches zu! Fuck you! Die heiße Schwache Diva Schlampe! Oh wow! Oh ne, der hat seine UT jetzt! So schon! Aha, voll ins FACE! Ach komm! Ich wollte dich totschlagen! Aha! Fiskugel! Nichts! Nichts! Alter, geht nicht von der Frachtgeherzlichen Pussy! Hehehe! Sie! Nice! Awww! Bis morgen, Faye! Oder bist du... oder kannst du da auch nicht? Highlight des Spiels! Oh ja! Und sah auch einen hier den Eis! Yes! Der war ein guter Junge! Immer fest mit Ruff! Lass uns! 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 Krass zweiають! Ohhhohohohohohohohohohoho.... ...H testify? Hehehehe! Lass uns! Oh! Ich habe sie Beamtsrolle gemacht her! Sehr schön! War auf jeden Fall ein sehr gutes Titel! So sollte es doch immer sein! Mhmh. und was habt ihr alles so gestern schönes gemacht ich habe gestern gearbeitet hat spaß gemacht und bei dir brian arbeit was du so schönes arbeitest da ich ein bisschen spät angefangen habe richtig wenn ich momentan noch ein halbes jahr in einer wachschwimmel du wachst auch fast sozusagen ich bin konnitorin ja aber wie gesagt ich mache noch das halbe jahr und dann wächst sich vielleicht hin die rechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein fast allein ist dennoch so fast fast und heute frei gehabt ja ich hatte schon seit gestern frei aber du wirst jetzt meine mutter gefahren wir werden sehen und freuen wir nicht ich habe gestern war mein letzter arbeitstag heute habe ich frei bekommen wir haben auch nur bis drei also bis 13 wir erreichen zwei leute eigentlich vollkommen um welcher zug bin arbeite ich am feiertage nicht ich habe mich jetzt heute frauße haben wir noch nächste woche nur das ist schön und wird was willst du dann eigentlich arbeitstechnisch wechseln dass das und wenn das nichts wird ähm bin ich ein bisschen unsicher was zur hölle ach verdammte kacke wir haben noch eine rechnung das ist doch fiktig nein nee der hat ja irgendwie irgendwie wohin geschossen und zufällig mich direkt am kopf getroffen hattest du das nicht auch mal einmal durch die wand und zack hat es klappt einmal ja aber wie oft die hanses das einfach so machen krass ich wollte den genji heilen aber ich hab die bombe scheiße geworfen habe ich getroffen ich habe aber schon richtig viel schauen von ich habe aber schon richtig viel schauen von ich bin einmal zu oft gestorben ich habe nur zwei eliminierungen ich habe gar keine ich habe aber gold healing aber gut ich bin auch die einzige die hielt also beziehungsweise die hirn kann komm mal her genji dann kann ich dich auch hirn die 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 ивает die 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 der North Na ja, zuerst gutes Team und jetzt Kettenwarten. Ah, ich kann grad nicht vorher, ich bin fast tot. Ich beschütze die Unschuldigen. Ja, komm, mach schneller, cool Countdown. Ja. Ach, fick dich doch. So wird das. Na mal, vielleicht muss ich noch sehen. Alles klar. Hm? Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Ja, ja, bin auch gut. Nein! Ich will dich grad hier! Ah, ich kann grad nicht vor, ich wäre schon sofort tot. So, damit wird mal was läuft. Ah, dann bin ich wieder zu unge-aimt. Boah! Ey! Kommt zu Social gewechselt bei Reinrich jetzt schon. Wieder. Nein! 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 Ach, come on! Du hässes Chiboshi! Fick dich! Tracer! Ja, dachte ich mir auch grad. Ne, okay. Bei mir war's jetzt haben wir auch. Ja klar, Mora ballert auch ihre Ulti raus, warum denn auch nicht? Nein! Nein! Nein, not! Die sterben, die sterben! Kila ist gleich da! Vielen Dank! Behalte die Barriere im Blick! So, wo seid ihr da unten? Hallo! Ich werde mich erkenntnis halten! Ähm, hallo Genji! Ich will dich hier, Junge! Danke! Ah, komm! Ach, komm! Nein, nein, nein! Ich werde noch mal sterben, sterben! Puh, au! Äh, ach! Puh, oh! Stimmung! Ich werde noch nicht sterben, sterben! Nein, nein! es ist so schnell auch so schnell funktioniert wünsche noch auch da oben rechts ist so gut Autos und dieses Schöpfer ab wie mal er in der Ecke ist ein roter da kommen später da Aaaaaaah, Tim, mich dir mit, äh, dann willkommen. Nein, 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 du hast keinen Feierabend, Mister. Ach nö. Äh, Tracer hängt mir an der Backe, könnte jemand bitte? Ach. Braucht dir irgendjemand da eine Erfüllschung? Ich bin da. Jetzt ist der Person wieder da, ah. Ja, okay. Aber wieder weg. Okay. Achtung. Danke. Äh, ne. Äh, die Tracer muss weg. Ja. Okay. Was? Och, come on. Oh, jetzt haben die eine Mail. Wirklich. Nein. Nein! Elf warst 3.000 gefühlt, so viel ich nicht gesehen hab. Huck. косme ja ich habe ich habe schon so gesehen wo bist du ich bin jetzt oben ich flieger tracer verschwinde ich dir die Sekunde ok tracer habe ich erwischt sehr gut ja könntest du mal bitten im Kampf sein ich kann ich schon mal außerhalb sein dann bin ich sofort in Gefahr ja super wir haben es geschafft sehr gut mit drei Gold und ein Silber zum anderen ja gut das war der Moment ok Tja für die die Schlampe ok ok und das sieht man wenn man zum richtigen wechseln kann es ist schon mal anders kann es schon mal anders auch sein ja wassup ich habe nur einen Weihnachtswunsch und welchen eine Kugel in den Kopf nein doch ich habe nur digital in overwatch und dann hört es auf schade ich habe nur einen guten Tag ich habe nur einen guten Tag ich habe nur einen guten Tag ich schick's dir ok ok ooooh ooooh ich habe nur eine Kugel und guckt das ist auch eine Kugel so ich habe nur einen Kugel ich habe nur einen Kugel Und einen Reaper? Anscheinend. Die haben einen Reaper. Hat auch einen Reaper gehabt. Aktiviere die Maria Erde! Äh... Fuck you! Er ist weg. Sehr gut. Er ist noch links, wie er kippt. Ja, auch so lange nachzuladen, Anna! Yes! I'm with Feraz and someone else in the PlayStation. Mach ich nicht mehr. Der Abitur-Wall ist in hier. Ich soll dir von einen User namens IS-i-Hallo sagen gehört. Also das ist unser. Haben Sie gerade gehört? Nice, die Schreuer. Ja, passt sehr gut zusammen. Was du gehört, Terz, ich sollte von einem User namens Arjes nie hallo sagen. Oh. Anscheinend kennt er dich. Hallo und deine Arjes? Oder wie er heißt? Nein, ich treff nichts. So ein Drugg. Dann... Ah, nein, nein, nein! Cowboy hat mich gekillt! Ress mich! Ich versuch's. Irgendwie sagt er dir vielen Dank. Ach, ich weiß warum wegen dem Gift-Supp vermutlich. Juminu, äh, thanks for the gifts up. Achso. Ja, ich sehe gerade wieder ein Sternchen. Wenn er die sonst nichts sagt, dann wird mir gerade nichts anderes einfach, um was sonst da nie wird. So, wer will geboostet werden? Geh weg. Oh, okay. Direkt ins Face. Ich glaube, dass Sigma möchte gepostet werden. Bisschen auf den Weg. So hat gesagt, er leben länger. Ach, scheiß drauf. Wenn hier niemand nerven kann, dann ist es. Hallo, Madame. Ja. Ligi, los geht's. Ah, die haben die Elektro-Planter. Ja, schon ist heute Anfang an. Ach, come on. Fick dich, Reaper. Nein, jetzt kommt wieder der Doomfist. Nein. Wo war der denn? Ach, ist ja gut, dann bin ich nicht wieder Mercy. Nein, nicht. Ich wollte doch nur mein Oil-Skin nutzen. Ja, zwei Drittel haben wir schon eingenommen. Ja, ich schätze mal so. Wenn wir die jetzt nochmal alle komplett aus dem Zielpunkt fählen, dann haben wir so gut wie gewonnen. Ja. Ah, ich wollte das mal. Das war's gut bei mir. Okay, ich mach mal. Die Stunde hat geschlagen. Ja, ich hätte es ja klappen können. Voll gegen die Wand, Alter. Okay, alles gut. Steuernungssysteme kalibriert. Ja, gut, den war ich gerade wieder mit dem. Scheiße. Auch hier haben wir einen Kulka oder einen Toten. Nicht. Weil... So doof. Ich bin auf der Playstation, nicht auf der Computer. So, right-click ist nicht was ich kann. Ich bin auf der Playstation. Komm, ich bin so proud. ach komm ich habe eine warte ach komm man fick dich oh tötet joker kleine muschi ist mir gerade gezeugt alter ach komm ich tötet joker ich bin aufweg ich bin aufweg ich sterben Duke no oh oh hilft hier hilf mir! Natürlich sterb ich wieder. Ich nehme das Ziel ein. Na ja, verdammt. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Also die müssten jetzt durchhalten, bis ich da bin. Dann geh mal einfach weg. Ne, 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 ne. Ja gut, zwei Uhr. Doch, jemand ist drin. Ne, ist vorbei. Haben wir verloren. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, der einfach mal deine Ulti geklaut hat im doppelten Sinne. Ne, 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 ne. Wow, ich habe Zielfortschritt Zeitgold. Ich hab gar nichts. Ich hab wieder nur Hilfe. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Oh, jetzt wirst du Reini sein und alle umhauen. Ja, wir brauchen einen Tag. Beziehungsweise zwei Tanks, das ist besser als einer. Ja, und ich bin wieder die Einzige hier. Sehr schön. Naja, wir sind zwei Verteidigungsstellung, kannst du nicht viel verfehlen. Ein Kammerberg. Oben im Haus ist jemand. Hm, Symmetra. Ähm, Leute. Au, die haben da Position aufgestellt. Ah, scheiß Muschi. Es ist natürlich der McVie von den letzten Nutsche. Warte, was? Ähm, we have in Germany right now Christmas, uh, 24th. Och, Alter, fick dich hier, Metra. Lass mich mal einen Job machen, hör mich, ich dauern zu bombardieren. Hüß mir auf die Eier. Verdammt. All right. Ähm, und ich bin nur... ...ein Lazy, weil ich 3 von Work habe. I don't need more. Ich bin happy, Wefertread. Oh, die Morah hat die 9-steam. Denil. was hat mich da gerade betäubt ok interessant die symmetra verfolgt sich diese hässliche schlampe ja das haben wir jetzt schnell verloren würden die mal aufhören mich zu verfolgen ihr peter und wir haben eine moore jetzt die hat das schon eine 90 ja 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 i can't feel your eye Äh, oben! Bastian gepustet, Bastian gepustet! Bastian ist tot. Ja, er hat mich trotzdem aufbekommen. He is a camp bitch. He is a camp slut. I hate him. Everyone who uses him can't really play. It's just a slut. Imagine a slut. Hallo. I will. Danke. Go. Die Realität verorscht meinen Willen. Nanobust in YouTube. Ich fühle mich unaufheizbar. I will direct you. I will direct you. Oh shit. Neutralisieren. Ach, come on! Tick dich, Symmetra! Alter, diese Scheißschlempfer hat wirklich auf den Kopf geführt. Oh shit. Oh shit. Should be. But, it don't. Interest me? Cry my baby cry. Ich kann am Schluss der Aschis Geschütz ausmachen. Fuck. Meines Geschütz. Wechsel. Ich hab ohne die Staffel im Endeffekt. Ich hab ohne die Staffel im Endeffekt. Die wurde online. Ich habe den Pfad geöffnet. Na wo kommen die denn jetzt alle her? Ah Bastion kämpft vorne beim Eingang, im Gang Seite Genji Achtung McVeer und Bastion kommen von oben gleich Okay Okay McVeer konnte ich holen Ah Bastion hat mich leider bekommen Der könnte jetzt von der Uhr kommen also wo Genji jetzt ist Ach ne der hat schon wieder die OIT Alter fuck you bitch Ernsthaft Der ist aber richtig doof irgendwie Wo springt der dann hin mit so einer OIT Ja denk ich mir auch immer Alter fuck you bitch Go sleep Erf-Hor Kill them all Mora Kill them Schaut mit den Augen des Drachen Oh come on Fuck you Yo ass NOO The Milkraft ist schon wieder auf mich fixiert Oh man I'm totally calm when I draw eye but when I game I just scream all the fucking time no matter which game I have Haha fuck you Haha Sehr gut Der wollte mich gerade wegboxen und dann habe ich ihn weggeboxen Oben ist das ja ja bist du und ist tot Sehr schön Oh hab ich jetzt schon 6 Sieger Krass Tatsächlich Oh ich bin Highlighter Spieß gewonnen ok Ja Das erste mal mit diesem Scan Awww Aber mit Hanzo nicht das erste Mal Naja mit Hanzo wurde ich schon sehr auf Teil der Spieß aber zum ersten mal mit diesem Scan Ach das so Also der Spieß ok Ja It was really nice Oh Oh Joystick Das ist unser Symmetra Ja lol Oh die Mora hat sogar mehr Gehirte als ich Nicht schlecht Ja die hat mich ziemlich gut gehört Das ist 3 Sieger noch und dann habe ich einen anderen Scan Mir fehlen noch 5 Mir fehlen noch 6 Ok wenn ich den Skin habe wissen wir noch einmal brauchen wir für dich Jupp Ich hab jetzt übrigens äh holzuntersetzer die aussehen wie eine Eule Jihihi Cool Bist du auch ein Tankmane? Pfff Hier tanken wir keine Tankmane Also ja Tank und Support werden wir ja meistens eigentlich nie genommen Ja Tank und Support Das von beiden Hi Mh Isla Jokov Ich bin Mütterchen Roswand Die Geister der Toten legen wir 4, 3, 2, 1 Mit Runde 1 Nehmen sie die Ziele rein Jetzt passt es ja Schöne sie alle Mörderpuppe Was hat mich da jetzt getroffen? Wir haben ne Widow Ich bin total aus der Übung Jetzt kommt sie wieder rein Nein 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 Schweinchen nicht sterben Schweinchen ich bin hier für dich Nein meine Mörderpuppe Nein meine Mörderpuppe Nein meine Mörderpuppe Nooo Alter Schweinchen hör auf weg zu rennen Neural Adaption abgedreht Ich glaube der wird wachsen Spielt der jetzt was anderes? Ja Ok der spielt jetzt May Fuck Wir hätten mal zwei Tanks gehabt alter Und dann lassen die Dose Wir sind nach Lachen Ich bin zu schwer reingelaufen was schon jemanden gekillt an ich werde mich der mit der stadt da hättest du gedacht du würdest mich mit der nacken bekommen wieder wohl versuch mich ständig zu holen und nicht trifft weil ich zu weit weg der kam jetzt plötzlich an der krieg noch dazu und jetzt haben die natürlich natürlich habt ihr wieder eine camp schlappe was denn auch sonst meine fresse es ist aber immer dasselbe wenn ihr das spielen könnt dann lernt es und die die nahe er ja er ist es der portman ich konnte zu müssen es ausschalten und es ist leider zu spät naja im pack es geht auch so schnell die 100% voll zu machen ja at least you have fun eye i'll bring else to some portman heute was lustiges hören was war das gerade ja das geht viel zu kurz aber der hamster will da jingle bells singen oh zumindest heißt so der spruch hm so kommen wir von hinten feindliches geschützt ja schön von hinten pumpen ich bin ja mal froh dass einer von den randoms jetzt nicht wieder mitgenommen hat ich bin da sind sehr stolz drauf schick dich maggie Yes, I do. Well, it doesn't sound like I enjoy it, but I do. Art is for me to really calm down, and gaming is just to rage out the shit of my body. Don't die, don't die! Niiiice! WALLI! Äh, Genji, Genji, Genji! Fuck you, bitch! Vielen Dank! Ach, der Itimera hat schon den Pinkel ins Grin. Jetzt gibt es eine Abkühlung! Was? Ich bin doch gerade rausgegangen! Fuck you! Vorsicht, Leute! Jetzt wird's frostig! Ich bin doch nicht! Ich bin doch nicht! Ich bin doch nicht! Ich bin doch nicht! Ach, da oben ist... ...witz mich verarschen! Ja! Der hat den Geschütz da hochgestellt! Undi, 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 undi! Oh, unsere Mail hat uns gerettet! Richtig gut! Sehr gut! hitz dich! ... Ummm... Ey, der hat schon wieder sein Geschwitz aufgestellt, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Ach, ist so ein nerviger Typ. Aha. Noch einmal von vorne. Okay. Ups. Nope. Ah, der hat schon wieder seinen Scheißgeschütz an Dings aufgestellt. Natürlich haben sie in deiner Hand so jetzt der Beste im kann als ich. Ja natürlich, was denn noch sonst? Hast du was anderes erwartet? Gehofft, hätte ich was anderes. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein. Tick dich mit deinem Geschütz, du hässliche Muschi, Alter. Hanse kommt. Soda. Schaut mit den Augen des Drachen. Na, komm mal, komm mal. Ah, fuck, Alter. Oh, noch gewonnen. Oh, Gott sei Dank. Jetzt wird's spannend. Meine Show. Meine. Kannst du tanzen? Nicht, was du wusst. Äh. Kann man hier tanzen mit bestimmten Helden? Ich glaube, ich mach alles richtig. Oder alles falsch. Irgendwas stimmt schon. Oh, die haben jetzt ne Würde. Haben die die schon von Anfang an? Die letzte Runde ist mir die nicht aufgefahren. Vielleicht in der ersten Runde ja, aber in der zweiten nicht. Ne. Der ersten ist mir die, glaube ich, nur am Anfang aufgefallen, aber sonst. Mhm. Ja, am Anfang habe ich sie auch sofort gesehen, dank dem Schuss. War's nicht mehr. Äh. Zugegeben, danach hast du mir nicht mal aufgefallen. Na. Ach, nö. It's me a pleasure, I. Nein. You can leave it open for me. Nein! Ich wollte es kapieren! Wie meinst du jetzt? Ich. Das war ein One-Shot. Du warst jetzt grad kritisch. Nichts im Moment falsch tot. Äh, was wird tot. So war's. Lass uns mal Gas geben! Awww. We do I. Take care of yourself too. And have fun, my friend. Ja, uff, cool. Und anscheinend, bitte! Heute sind wir alle Soldaten. Reaper here. Der Sonne Schapamoregar. Du machst es noch ein Weiß. Oh. 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 NOOOOO. E. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Nein, die könny jetzt einfach durchbumsen. Sicher er den Vogel. Natürlich, ey. Wieder Basteln an der Ecke. Scheiß Kämpfer, Alter. LOL! F*** dich, Symmetra! Illende Muschi, Alter! Was da geht's? Tja, wenn jeder erhnte ein besseres immer hat als ich, äh... Das ist schon krass. Oh, und so, Maqui. Wir haben verloren, aber wir können trotzdem alle nur gewählt werden. Tja. Wenn du nur, äh, Bastion spielst. Naja. Scheiß Kämpfer. Boah, 16 Mal gestorben, ey. Ich bin neunmal. Mh... ... ... ... ... ... ... So, wie sieht es eigentlich mit dir heute aus mit Heiligabend jetzt? Habt ihr da auch irgendwie so eine bestimmte Stunde, wo ihr Schrift und dann austeilt und so? Ja, wir essen da noch. Wählen sie ihren Helden. Oh. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Ich führe Simulationen aller denkbaren Missionsabläufe durch. Hallo. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Mal sehen, was du so haben. Hm. Hm. War das jetzt ein Genji? Ja. Genji. Roadhog. Mehr hab ich jetzt nicht gesehen. Nimm mal wahr. Okay. Oh, jetzt kommt noch was. Ah, natürlich ein Genji. Ben Dietling. Okay. Okay. Ah, jetzt spielt der Person mal wieder Mekvie. Interessant. Schau zu den Augen der Strafe. Na, das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Schuss! Därtchen! Wenn ich fürs nächste Mal wieder tot bin, exterlich zu Merci. Glaubt nicht, ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Alter! Fick dich Schwabeli! Okay. Der kann sich grad nicht heilen. Rauch aufs Schrein. Der ist ein Faustang da. Ja, verpiss dich, Schwein. Ooooooh! Ist ja gut, ich wechsel. Ich bin dran! Vielen Dank, Mark. Vielen Dank. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit hinter der Bank errichtet. Hilfe, Hilfe! Reaper und, äh, äh, na! Warum Reapy? Ich hab das doch eigentlich lieb! Ja, das... Mann, das gibt's doch nicht. Ich treff den scheiß Reaper nie. Du wurd an voller Mörder durch. Egal, wie gut, äh, ich versuche zu erinnern, ich treff ihn nie. Ja. Ein Fetzen, ey. Ja. Warum auch immer. Oh, wow, Schwein von hinten. Alter, könntet ihr mal als Schwarm auf einen einzigen Spieler gehen, ihr hässlichen Pissbojen? Das ist so die Taktik, wenn du nicht kämpfen kannst. Du gehst einfach als Schwarm nach und nach, alle abgraben. Ja. 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 Ernsthaft? Ach, das ist unser! Bobby, Bobby! Nee. Haben wir, äh, sowas von verrückt. Ähm, da oben der Drunk hat mich runter. Was? Scheiße. Okay. Ich hab ihn weggepokst. Sehr gut. Oder nee, das war ne Falle von mir, äh, okay. Ich bin gleich wieder da. Hör auf mich abzusaugen, äh, Möber. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott. Nein! Reaper ist grad zum Spawnpoint gekommen und ist sofort abgefasen. Du hässliche Kackmuschi, Alter! Ach, das gibt's doch nicht. Ja. Es wird... Es wird... Schon wieder, ja. Jedes Mal... Weichte meine Angriffe aus. Fegt euch. Oh, wow, die waren jetzt in unser Team. Lol. Äh, ich bin mir sicher... Warum Ash? Episch. Super. Sieben. Na, kommen noch drei! Tade. Achja, wir hörten dir, Bastion. Hm? Ehrlich? Ne, ich mein, äh, der Bastion in den letzten Matches, den wir als Gegner hatten, äh, war jetzt mehr Queer auf unserer Seite. Ja, lol. Ne, genau. Und jetzt gehen die raus, okay. Jetzt sind wir mal drauf. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ich würde zu gern wissen, was Lumerica so treibt. Es ist schon wieder kurz nach fünf. Ich hab Zeit. Willst du n' Bonbon? Soll ich dir beim Einschlafen holen? So hast du dein Leben als Assassiver ausgegeben. Ich war nie eine Assassiver. Ich habe nur getötet, wenn es umverneut war. Muhahaha- so Fünf. Vier. Drei. Zwei! Eins! Angriff! Geht! Ja, ja, gehen wir nicht auf den Geist. Entfernt! Meld! Rettdkost! Haffnen! Justpfeilung verschlossen! Ziele erfasst! Ach, ehrlich? Also ich hole mich müde! Du bist ja auch die Lennenscheißmuschi! Oh wow, die haben jetzt eine Passion, was es sich der Todbringer nennt. Pff, das war ein bisschen zu wenig Schaden, hm. Noch ein bisschen. Oh, lol, dass der nicht tatsächlich nach einem Schuss kriegt, ähm, stimmt. Oh, das war echt dreckig jetzt von dem Chunkrat. Ja. Oh nein, nein, nein. Nein, lass mich nicht alleine, der Fracht zurück, Alter. No, 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 no. Ahoy. Hi. Äh, Reepy? Ich hab's gesehen. Im Haus. Ach komm, das gibt's doch nicht. Alter. Wie, wie schafft es der Reaper nicht zu sterben? Unglaublich. Frag mich was leichteres. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht hinbekomme, deinen scheiß Reaper zu töten. Ey, der hatte wenig Life, ich hab ihn betäubt, ich hab auch viel geschossen, der hat überlebt. Und dann hat er mich einfach so geultet. Wow. Alles klar. Ja, nee, der Bastion hat seine Ulti. Natürlich! Hey, habt ihr nicht anders gewollt? So, wer will geimpft werden? Ich glaube, ähm, wir haben ne Diva. Diva Baby, wo bist du? Die Stunde hat geschlagen. Nein! Ich wollte es kombiniert! Wann hast du jetzt blöd geboostet? Dich! Du warst grad dabei, die Ulti zu machen. Also dachte ich mir so, ja moin, geil! Oh, du hast mich geboostet, deshalb hab ich gar nicht mehr im Willkommen. Ja. In dem Moment bist du grad gestorben. Ich dachte mir so, geil, beste Kombination. Die dachte ich so, nö. Ja, immer. Ich bin so das größte Opfer im Overwatch, unglaublich. Wie schnell ich sterbe. Ach, was? Wo war das jetzt? Es wird genau, äh, dass er eine Scheiße gesetzt hat. Okay, ihr habt ihr nicht anders gewollt? Noch 60 Sekunden. Da oben? Da oben ist jemand. McPhee, wirklich. Ach, der McPhee, die scheiß Schlampe. Okay. Der ist halt Jungle da vorne. Genau, was der Arzt verschrieben hat. Ja, jetzt müssen wir aber... Vor allem Gott, komm. Go, Diva! Ja, ist die Metra. Ist... Dinger. Die alte nervt so hardcore. Ja, natürlich hat mich wieder Drunkie gefehlt. Das war das selbe Team als Gegner. Das war das selbe Team als Gegner. Ja, bis auf den Tod-Bringer, genau. Ja, natürlich, die Kelmschlampe. Ja. Wer auch sonst. Das ist doch eine Missgeburt. Wann habe ich nochmal gesagt, dass ich drei Sieger brauche? Vor drei Runden. Ich glaube, seitdem haben wir gerade gar nicht mehr gewonnen. Ja. Vor drei Runden habe ich das gesagt. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Okay, komm. Schon vor wie eine Stunde oder zwei. Hm. Auf einmal denke ich es so. Fuck no. Äh, wir sind Angriff. Ja, ich würde mal zum Angriff versuchen. Dann kann ich das Team ein bisschen ausspielen, nö. Manchmal ist mir schwindelig, nachdem ich den Translocator benutzt habe. Ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Also, mir wird's nichts ausmachen, wenn du für immer verschwendest. Oh. Wache, Liebe. Was? Boah, Soja hat den Schwulen still. Was? Ehm, oben ist Hanzo, oben auf dem Balkon. Okay. Und natürlich. Und morgen ist Art wieder. Aber heute ist es nur Gain. Because it's evening by me. Ich habe nicht verloren. Hallo. Wir sind sofort wieder da. Zum Frage. Zum Frage. Zum Frage. Zum Frage. Ach der Hansel. Nein. Wo? Wo? Ach der Hansel. Nooo, nicht sterben. Dann wollen wir mal neu booten. Na. What are your plans for Christmas my friend? I'm just playing my stuff and that shit. It's nothing important. I'm just doing my hobby shit. Gaming. And all. Nothing else. It's the best way. Oh, jetzt haben die auch ne Sombra lol. Zwerg von hinten. Zwerg von hinten. Ich dachte zuerst das wäre irgendwer von uns ein Zwerg. Aber das ist der Gegner. Noll. Zwerg, zwerg. Fuck you. Nein. Nein, der war fast tot. Ich bin leider wieder da. Ach krass. WP Burstie. Willkommen zurück. Für ne kurze Zeit mindestens. No. Er will geimpft werden? Shhhh. Ne, die Heilung wirst du nicht mehr bekommen, McQueen. Awww. Wie mach ich so ein verschissenes Siebzauber? Was machst du? Ich bin schäßt, die ist hier. Äh, äh, Sombra! Gegner Sombra! Ah, fuck du Zwerg. Die Flache ist auf dem Weg. Ach, come on. Der war schon wieder fast tot. I hope your parents are happy with your children. Wow, ey. Niemand war bei der Fracht. Mach ich mich wieder sichtbar um die Fracht zu bringen, äh, kommen plötzlich die ganzen Gegner irgendwie, äh, aus den Ecken, äh, dahergekrochen und äh, töten mich instant. So, ich könnte meine Hut hier jetzt machen. Hier drüben ist ein feindliches Geschütz. Fünf wieder kurz weg. Ah, die Gegner sind praktisch wieder. Bis später, Basti. Ah, zu früh wieder. Naja, gut. Bis später. Ah, die Gegner sind praktisch wieder. Ah, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ah, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Okay. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Die Fracht wurde aufgehalten. Wir müssen sie schnell wieder in Bewegung versetzen. Ah, ich bin auf dem Weg. Ah, ich bin auf dem Weg. Ulti, ulti. Was ist das für eine Melodie? Yes, du wird livin. Read you later, my friend. Ähm, Maggie kommt von hinten. Sehr gut. Jetzt wird's doch langsam. Ah, lad schneller nach, madame. Oh nein, 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 nein. Olli, Olli. Na, fick den Song weiter. Die Olle verfolgt mich aber auch wirklich. Ja, du kannst auch sehr lästig sein mit deinen, äh, Dingern, äh, mit deinen Fähigkeiten. Ja, dafür müsste man uns nicht aimen können. Empfänger aufgestellt. Ich bin doch nur glücklich mit meinem Ohlenschen. Gött mir doch mein Ohlenschen. Gött mir doch mein Ohlenschen. Alter, fick dich. Wie, als würdet ihr die wirklich schon mal erwarten, wenn wir da zurück sind. Wie, als würdet ihr die wirklich schon mal erwarten, wenn wir da zurück sind. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Warte, ich komme bereit. Töten. So. Du gehst nicht, ich will hier. Geh dich sterben, ich will die stehen. Das gibt's nicht. Ja, bestimmt wird ein Headshot. Ja, wir schaffen's. Ja, sehr gut. Oh, endlich! Was, Pizza? Ah, unsere Tracer. Hm, krass. Ja, noch einer? Na... Da hat wieder einer aus dem Gegnertyp gerontet. Immerhin brauchst du eine Haltung. Oh, zu mir taug ich nichts. Ich hab wieder eine Gold. Ich hab schon wieder 12 Boxen und alle. Jetzt einer. Und nichts Gutes. Sprüche. Oh, nichts Gutes. Ohhhh. Diese Erfahrung ist ein Geschenk. Komm in jetzt. Hm, okay. Willkommen in Paris. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Ah. Ah, passt. Irgendwie. Ein Schuss. Ein Treffer. Ein Schuss. Ein Treffer. Uh, the legendary Booty is back. Booty! Ich will mich umbringen, wenn du nicht mehr ständig deine Nase in meine Angelegenheiten stechen könntest. Systemschlag aus Gericht. Na, wie sieht das aus, wenn ich mich drücke? Wunderschön. Moment. Also der Booty kommt super zur Geltung. Er sparkelt regelrecht. Mitten in den Faves. Was ist das für ein Skin gewesen gerade? Moment. Verstärkung. So nicht zurück. Skalung, verstärkt. Skalung, aktief. Wir haben eine Widow. So. Ja, jetzt wird es meine letzte Runde werden. Ah, du hast gleich Geschenkestunde? Nee, Essen. Ah. Kein. Kann ich stehen bleiben? Nein. 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 Ja. Han so gefickt. Fick dich. Sehr schön. Ich habe ihn sogar gesniped. Ich habe dafür extra ihre Snipe-Köne gebraucht. Nein. Du kuschelst mit jemand anders, du hessische Pistole. Scheiße. Ich wollte gerade Nano boosten. Benötige Unterstützung. Ah, du bist gerade tot, schade. Hm. Hm. Komm wieder. Ah, nicht live. Ich bin gleich da. Nanoboost injiziert. So viel Kraft. So viel Möglichkeiten. Ich habe große Mühe. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Oh. Aber natürlich haben die jetzt eine Bastion. Das tut. Das ist ein Gegner. Wenn die Lotto zu rumbequieren, dann nimmt man immer den. Das ist ein Schütze. Vor mir kann sich niemand verstecken. Die Kraft des Universums ist so stark! Sie sind nur Kürb und Kürb! Ach, fickt ich gern die. Zumindest die konnte ich dir treffen jetzt, ey, unglaublich. Immerhin. Aber für Hansen bin ich irgendwie gerade noch zu doof. Ah, Hansen ist echt krassig. Achtung, da kam einer. Okay. Und jetzt ist ein Genji hinter dir. Achtung, Genji hinter dir. Ja. Ich bin zu meinem Raum. Wie oft kann er seine Fähigkeit spammen? Unglaublich. Wie oft. Malisch. Komma, Booty! Merci. Ey. Danke. Ich bin zu Ihrer, ich bin zu meiner Fähigkeit. Gut. Alter, fick dich rein. Ach Alter! Der taucht mir eben wieder runter. So lang es klappt? Nein, jetzt bekomme ich die Zuschauer. Ich glaube, alle warten auf die Beschärung oder so. Oder haben sonst nichts zu tun. Heiligabend. Ähm, ich seh es wieder fast. Ah, irgendwie laufst du nicht mit Würde auf. Heute habe ich überhaupt keine. Das sind noch sonst. Eine totliche Investition. So berechenbar. So berechenbar. Taktische Visier. Taktische Visier. Hallo. Ich will dich immer noch heilen. Könntest... Junge, wie soll ich dich heilen, wenn du fünf Kilometer wegrennst? Ach verdammte Kacke! Reini, warum?! Oh, von mir kann sich niemand verstecken. Ja, okay. Sieht scheiße aus. Ja. Äh, Genty kommt von hinten. Sigma. Äh, Hanzo von hinten. Hanzo tot. Sehr gut. Creepsie des Todes! Ja, die Tracer. Alter, wie kann ich reinhaftig treffen, wer doch vor mir steht? Du schlaf, Digga! Ja, ärgerlich. Natürlich, die Tracer. Die Nerfiger. Ach, wo sie mich dann auch noch bekommen hat, ja. 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 Wäre Willow sogar besser gewesen Wir haben einen zweiten Hilo Sehr schön Und zwei Tanks Oh, schöne Ausgelöche Sehr gut Tut mir leid, Reinhard Nach allem, was passiert ist, habe ich Zeit genommen Nicht nacheinander In deinen Träumen Oben ist jemand Oh Mann, mir geht die weg oben Natürlich Überrennt mich doch Oh, das hat sie noch getötet, lol Ja, gut Nein Okay Ja Sehr schön Ach, die haben schon wieder die Self-Lampe mit ihren Mini-Thronen Ja, die ist aber jetzt tot Ja, aber die Thronen Ja, gut, die werden jetzt auch jetzt Lauf Ja Mekki kommt wieder Eta Wer hat gefolgt? Ja 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 Zielpunkt A eingeladen, transportieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel Da sind die Dreckskerne, da sind die Dreckskerne Hallo Oh, der hat ja immer noch seine Fähigkeit gehabt, okay Lass uns an Reini in Ruhe erschlappen, nein, 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 natürlich wollte ich doch gekriegt Nein, fast Kevin Klein, ganz allein Ach, come on Das schickt euch doch, wenn ich hätte die dann müssen Kann das doch nicht weitergehen Wenn ich ganz alleine als Hüllo gegen der Diva antreten muss, dann habe ich natürlich keine Chance Ja, ich war gerade wieder auf dem Weg zu dir Von mir kann sich niemand verstecken Ach, verdammt Das ob er genau da ist, wenn er, äh, Fähigkeit gemacht hat Wo ist er? Da oben Fick dich, Genji, Fick dich, Mann! Alter! Was zur Hölle? Fuck you, Bits! Ja, klar, du Die greift wieder aus, als würden wir heftig geprüft werden Man kann alles hacken Und jeden Ah, verdammt Ich kann nicht rein, ich werde nicht mehr wieder gelingen Wo ist der scheiß Genji jetzt, Mann? Fick ihn Na, wie geht's? Ja, wieder Klochen Enfektor Ja, kommen wir mal an, okay 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 Ja, kommen wir mal an Meine Liebe, sterbe nicht Jetzt versteckt er sich auf einmal, ja, alles klar Bist du Essliche Muscheln, Alter Nicht der im Reinen, hat dich schockiert Nein, der ist schon wieder irre, Ulti! Come on! Ich war hinter dem Scheißding und der Chit war da! Das gibt's nicht How the fuck? Die war nicht mehr gepostet Ernsthaft, ich vermisse ein Kommunikationsfeld, den Button fick dich Geht nicht, mach ich Ah 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 Der Aufgehalten Bringt sie in Bewegung Noch 60 Sekunden Jetzt kann's ja nur noch besser werden Schild ist weg Äh, Symmetra, hinter dir, hinter dir Geht nach sich hitz Alter, lass mich in Ruhe, du Fotze Das kann doch nicht wahr sein. Ich komm gleich! Nein! Das ist jetzt ein Witz oder? Was? Ich ihn nie finde oder eher da ich direkt tot ist. Aber mich da fast so richtig mobben als ich wieder gespielt habe. Autsch! Ja, das kann ich wiederbeleben, weil die Ding zum Teil enden. Ja, kein Problem. Oh, jetzt geht's! Ich bin mein Verbündungen hardcore. Ernsthaft! Jetzt ist er wieder da! Ja! 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 Und ich später wiederkomme! Vielen Dank.